Hallo! Ich mache weiße Gardinen, grau und schmutzig. Ich studiere Kunstwissenschaft und Philosophie, das ist Nobel. Mein Lieblingsthema ist die Realität. Hätten Dinosaurier existiert, wenn nie jemand ihre Knochen gefunden hätte? Würde der Mond existieren, wenn niemand hinsehen würde? Die Antwort lautet natürlich Ja, denn es gibt eine Realität außerhalb der menschlichen Wahrnehmung. Hallo! Die Realität! Hallo! Hallo! Ich bin's, Degel! Hey, wie wär's mit dem Blowjob für zwei Euro? Ich bin's. Degel! 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 Degel!